Später kommt ihre Familie zu Besuch, sagt die Pflegerin. Mein kleines Mädchen wird mit seinen weichen Händchen mein Gesicht streicheln. Mein Junge wird stumm neben meinem Stuhl stehen und mich wie immer mit ernsthaftem Blick betrachten. Mein Mann wird zu mir sprechen und mir von seinem Tag erzählen, dabei aber angespannt wirken. Das ist nur allzu verständlich. Es muss ein seltsames Gefühl sein, Tag für Tag auf eine Wand einzureden. Hallo, Catherine, wird mein Mann sagen. Er spricht mich jetzt nur noch mit meinem Namen an. Liebes, Catherine, Begriffe ohne Bedeutung.